hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality so heute ist das hoffest und ich gucke jetzt mal ob ich nach unten kommen ja hier oben hallo ich dachte schon sie wären wieder aufgestanden ich sagte ich hätte schritte gehört nein ich kann doch nicht laufen mit dem fuß wie schaut es aus mit den würstchen und steaks habe ich im kofferraum in der kühlbox äh rollstuhl der den bringt herr gort es weiß also können wir nachher doch das hoffest machen ja in der theorie ja in der praxis das ist dann die aufgabe von den god ist das zu beurteilen das weiß ich mal beeilen ich habe die blaubeeren eingeladen aber sie haben glück dass der herr diesel sich darum kümmert dass der anhänger mal untersucht wird jeder hat behauptet es wäre falsch geladen worden es ist auch leicht also ich habe es angeguckt es ist fraglich also es ist noch an der grenze aber es ist noch eine toleranz grenze sagen wir es so er war gut beladen aber es hat nichts rausgeschaut entweder das oder die spanngurte war nicht fest genug dass sich das noch mal alles verlagert hat ja wenn so ein dinger lassen sie mal 30 tonnen auf die seite fallen ja aber das gibt nur zwei möglichkeiten entweder ist das nicht richtig drei möglichkeiten entweder ist manipuliert wurden möglichkeit nummer zwei falsch beladen und dementsprechend hat sich das gewicht verlagert oder nummer drei ist eine mischung aus zwei und drei dass sie zu schnell gefahren sind in die kurve und dann hat sich das gewicht von zur seite verlagert dann sind sie gekippt ich bin immer ganz konzentriert beim fahren das sollte man von dem fahrlehrer auch erwarten sehen sie aber ich sage es nur so wie es ist es gibt nur diese drei möglichkeiten einer davon wird irgendwie eine davon muss ja stimmen ja man kommt in der docke jetzt ja aber wissen sie wenn seit 30 tonnen an ich weiß gar nicht wie viele spanngurte hatte ich dran 8 ja kommt an 8 spanngurten reisen das kann schon mal dann sich was lösen sind die spanngurte nicht richtig gerissen wenn die gerissen wären wäre da rupt einer gehen sie mal gucken 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 ja und sie bleiben im bett wenn ich sie hier draußen natürlich ist ob ich mich aus dem bett hätte er nicht irgendwie ein bisschen später kommen können so ich hab den rollstuhl mal dabei ich hab vorhin als ich hier ankam schritte gehört was tusten die das hört sich so an als ob er quasi wieder ins Bett gehumpelt ist er war unterwegs es ist kein anderer hier oh gott erspuken kannst du nicht noch mal beobachten dass der uns hier was vorgaukelt mag es nicht hoffen aber was meinst du jetzt damit es kann doch sein dass sich seine verletzung vorgegaukelt hat das haben wir nicht viel besser geht das sah aber nicht danach ja sozusagen wunderheilung ich glaube du hast zu viel märchen geguckt kann das sein aber ich glaube tatsächlich es gibt übrigens drei möglichkeiten mit dem lkw ja mal ein manipuliert worden aua ach du scheiße was war das denn ich hab ne vermutung oje oje was machen sie ich weiß nicht das hat angefangen zu bluten ich geh mal den erste hilfekasten holen wie soll ich denn mit dem bein gehen äh Herr Jäger ich hole grad den erste hilfekasten äh holen sie mal Quatsch aus dem Bett gegangen das hat ihnen bestimmt der Jäger grad geflüstert der hat mir grad so gezwitschert dass hier Schritte hörbar waren der sollte mal ein Alkohol geben sie mal her hier ist ihre erste hilfekasten ähm müssen wir das nochmal neu verbinden Herr Jäger können sie mal draußen warten ich ja ja Arztgeheimnis und so bei dem müssen wir mal einen Alkoholtest machen ich glaub der hat aber der darf normalerweise ein String im Dienst ich auch nicht ja aber so dann machen wir mal so ich weiß ja nicht so jetzt haben jetzt haben sie da einen neuen Verband drum jetzt müssen sie das erstmal schon sie haben ja jetzt hier den den Rollstuhl haben sie ja da wird äh möglichst wenig den Fuß belasten sonst kann das wieder passieren dass das wieder anfängt zu bluten mhm kann man bei dem Rollstuhl das Ding da hoch machen was meinen sie ne so ein Fußablage Ding ja ja soll ich schon immer mal haben ja ja natürlich ähm Gottes ja was ist ich hab dir die Bratwürste und die Steaks in deinen in deinen Wagen gepackt ne ich muss nochmal los warum bei mir das waren doch meine äh ja frag nicht äh ich äh können wir das Hoffest machen äh ich hab die Blaubeeren schon eingeladen wenn sie im Rollstuhl bleiben dann kann da auch nichts großartiges passieren also ja und im Rollstuhl soll ich die Treppen runterfahren oder was ne wir können sie dann auch runter tragen äh sie sind aber jetzt allein dann kann er mal wieder schön zurückkommen ich ruf den jetzt an äh 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 meine Herren äh 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 warum musste das passieren äh 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 scheiß fuß da ihr äh äh noch einen Tag halte ich es nicht hier oben aus das sag ich aber schlafe ich lieber unten auf dem Sofa dann äh ein bisschen Wasser trinken äh 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 da kommen jetzt gleich noch welche die helfen dann wer denn? die Blaubeeren? ne nicht die Blaubeeren ähm ähm äh 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 ja wer hat ihnen erlaubt meine Chips zu essen ich esse nicht ihre Chips haben sie sich selber welche mitgebracht nein so äh könnt ihr euch wieder darüber umstreiten? so jetzt kann mal einer den Rollstuhl ausklappen und äh Ben du hilfst mir mal ja bitte ja diese ja ähm oder ne kleib ihn am besten unten aus weil sonst kommen wir nicht mehr die Treppe runter stimmt äh dann helf mal jo 3 2 1 2 3 und hopp äh ich muss abnehmen ich komm nicht durch die Tür so ähm äh ganz langsam so äh falsche Tür falsche Tür weiter äh ey was gehst denn da vor du musst mir helfen man du musst dir deine Ausbildung gemacht ja der ist mir außer Arm gerutscht meine Güte er hätte ihn ja zumindest mal waschen können das beleidige ich doch nicht mal hier nein er ist am schwitzen wegen der ganzen Aufregung trotzdem hätte sie ihn mal waschen können ich hab Angst dass sie mich fallen lassen ja den Fliegen müssen sie mal nicht auf die Schulter sprechen ja das passiert hier schon nicht so hier Volker bitte sehr danke so können sie das Ding da auch noch hochklappen ja selbstverständlich wo wir gerade so schnell in der Runde stehen wer benachrichtigt jetzt die anderen dass das Hoffeld stattfindet die die Blaubeeren hab ich schon angerufen die dürfen eigentlich kommen also ich weiß nicht sonst rufe ich da halt nochmal durch mein Gott Volker was machst du für Sachen ey du hast mir einen Herzinfarkt eingejagt wo ich am Dreschen war ähm Gottes passt damit auf dass der keinen Mist baut ich ruf mal eben durch wo stehst du dann hier wenn du einen Herzinfarkt hattest ich hatte fast einen ach so fast das war schon nicht schön anzusehen da was da passiert ist ne darum ich bin extra wo ich da angekommen bin hab ich direkt mit dem Glas die Straße gesperrt und die Tür aufgebrochen damit der raus kann äh 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 Finger weg Finger weg nein das geht schon mal ja nicht warum denn das ist nicht gut Medikament Volker das hab ich dir schon am Telefon gesagt Medikamente und Bier ist keine gute Kombination ach scheiße ich hätte den Marlon jetzt mal anrufen müssen dann hat der mit dem Frontlader nochmal kommt dann hätten wir die irgendwo anders dann hätten wir den Frontlader hochgefahren dann kommt da keiner mehr dran Heinz geht doch nein das dürfen sie nicht ach so viel hab ich doch heute gar nicht mehr gekriegt an Medikamenten das ist nicht gut das vertragen sie nicht das wissen sie doch nicht wieviel ich vertrage glauben sie mir das vertragen sie nicht das geht nicht gut nein ich glaub aber die sind auch die Palette Bier am holen äh Palette Brötchen alter Gott ist noch da irgendwas gegen den Schock da steht doch Bier äh kommen sie da das geht ja nicht aber der hat ein Bier geschnappt komm dann nehme ich jemand direkt ab was denn nein ich hab doch gar keines ich meinte für den Dings da für den Diesel der soll sie ein Bier nehmen für den Schock ich wollte nur zum Computer ich hab's dir im Auge ich hab's dir im Auge äh wo sitzen sie denn jetzt hin Herr Diesel so jetzt kann ich mal hier mal die Preise checken endlich ganze Woche keine Zeit gehabt ähm Herr Diesel ja was machen sie da ich bin noch total unter Schock Gottes geht grad nicht äh Dinkel ist schon wieder gefallen ja Diesel komm sie mal mit oh die wüssten die gehen hoch Steak ist immer noch schlecht warte mal Eier können die noch kommen Gott schau dir mal bitte nur noch den Herrn Diesel an komm mal ja dann dann beobachte den da weiter Eier äh Diesel die Eier sind gut im Preis aha ja 2700 das sind deine Beschwerden ich steh noch total unter Schock ich bin am ganzen Leib nur noch am Zittern soll ich dir eine Beruhigungszeit geben gerne Moment hier hast du noch Wasser dazu danke Diesel nimm die nicht äh bist du doof ey jetzt darfst du auch kein Bier trinken interessiert mich gerade reichlich wenig mich interessiert deine Gesundheit mehr ach komm nee nicht ach komm du hast den verdammten Fuß kaputt ja ich hab doch einen Rollstuhl ja aber trotzdem ist der Fuß kaputt ja der wird wieder können sie mal aus dem Weg gehen ich wollte noch nach den Eiern gucken selbstverständlich du weißt schon Volker dass du dadurch jetzt einige Zeit ausfallen wirst ich bin noch mobil guck doch an ja aber dein LKW der hängt im Wald fest bei dem Sägewerk weil der einfach andauernd um äh weil der der kann nicht mehr stehen bleiben der LKW hat der zu viel gedrungen? wer? der LKW der liegt auf jeden Fall der liegt der liegt auf jeden Fall bei der Holzschöttel schon wieder auf der Seite und da war ich ständig auf der Geraden ich hab's auch noch gesehen hä? kann der nicht fahren? musst du einen Führerschein neu machen naja wo hat er den Führerschein gemacht? bei ihm also ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher ich muss nach den Eiern gucken erstmal eine Zigarette auf den Schock ich hoffe eine normale Zigarette hast du auch noch für mich eine? ja hier so liebe Leute ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat schaut gerne morgen wieder rein bis dahin macht's gut tschüss